Wie geht denn das hier? So, das kann nur Hermine machen. Wir haben Hermine gerade nicht dabei. Äh, da sind wir wieder. Und da ist der... Troll. Troll. Der einfach mal Troll einreißt. Alles klar, hier kommt Ratten-Action. Unbedingt auch die ganzen Tarachinde einsam. Ich heiße ja nicht Aldaria und lass die liegen. Doch, ich hab einen übersehen. Ja, ich krabbel mal hier weiter. Ja, hier müssen wir jetzt den wahren Zauberer... ...hoffentlich. Was müssen wir jetzt? Wahrer Zauberer, also, äh, es wird die Leiste oben. Warte. Ach so, ach so. Wenn wir hier was einsammeln, äh, die Leiste oben vollkriegen. Ich würde Goldsteinchen haben. Ich glaub, das sollten wir schaffen. Ich hoffe es. Bei dir ist das Ganze wahrscheinlicher als... ...wenn ich's alleine mache. Da kriegt man ja meist nicht alle Steinchen. Ein Fischi. Zwei Fischi. Drei Fischi. Ach, das sind Fische. Warte. Okay, okay, warte. Haahaft. Toll. Zwei blöde sind dabei, so ein Ding zu kriegen. Aber da müssen wir trotzdem noch rüber. Warum bist du denn da nicht bereit? Ach. Ich weiß warum. Aber... Wie? Kommen wir doch nicht dran, oder wie? Doch, müssen wir irgendwie. Ähm... Doch, kommen wir. Ja, okay, okay. Perfekt. Meine Güte, brauchst du lange. Eine Frau ist nun mal kein D-Zug. Und so wurde das Golfspiel erfunden. Wusste doch, die Sache hat irgendwie einen Haken. Ja. Alter, beeil dich da doch mal. Du brauchst die Klopfen. Das ist ein freundlicher Troll. Okay, ich bin da genauso langsam. Okay, ich nehme alles zurück. Siehste? Ach, jetzt hat er da hinten Lichter in seinem Kabuff. Ah, warum... Hallo? Ich würde nur das Ding da oben aktivieren. Jetzt. Blup! Ey, was hat das mit den... Ah! Alles klar. Nun schwerte ich ein Schwert. Ah! Haha! Ich würde aber hoch. Ah, warte mal. Ah! Danke! Bitte! Danke, meine Gerüstung. Ich glaube, wir haben hier sobald alles, oder? Da oben ist noch ein Lichtlein. Was hat das hier mit diesen silbernen Objekten eigentlich hier immer aussehen? Ich weiß nicht. Kann sein, dass wir dafür einen anderen Zauber brauchen, oder einen anderen Charakter. Okay. Ja, ich weiß, wir dürfen nicht rein. So, aber jetzt sollten wir... Okay. Aber jetzt sollten wir... Okay. Okay. Ah, jetzt. Ja, jetzt werden wir... Sollten wir... Verkleidet? Eigentlich... Ungemodelt werden. Ah. Ja, für eine Frau! Einer sollte, glaube ich, reichen. Ja. Warum du dich nicht verkleiden musst, weiß ich aber auch nicht. Die nehmen Ron einfach nicht für voll, das ist alles. Ja, das wird's sein. Ja, ist wirklich so. Also bevor wir denn treu bekämpfen, müssen wir erstmal alles kaputt machen. Ja. Unbedingt. Das war damals, glaube ich, mein Fehler. Deswegen habe ich hier den wahren Zauberer nicht gekriegt. Glaube ich. Meine ich. Denke ich. Sie sucht sich ausgerechnet das liefende Klo aus. Kannst du ja vorher nicht riechen. Kannst du ja vorher nicht riechen. Hahahaha. Wow. Alter Falter. Der hat aber seine Tage. Ja, ich räume schon mal hinter ihm auf. Wir sind da nicht. Der hat auch nicht so viele Steine. Ja, jeder einzelne Dings hier scheinbar. Jeder einzelne Roststuhlzeit. Ja, jeder einzelne Roststuhlzeit. Das ist ein Rostbecken. Ja, Klo decke ich ja auch Eigentlich versteht ja alles von Besteht ja echt alles von Steinen Äh, lass mich los Böder, toll Ja, das sieht doch schon mal gut aus hier Ah Wenn der Träume hier nicht Ununterbrochen in die Mangel nehmen würde Ich meine, gleich ist doch von dem Wahlzimmer nichts mehr übrig, aber So, Emo müssen doch jetzt Steinchen sein Ah, hier ist doch auch noch was Stimmt Ja Aber es reicht immer noch nicht Warum reicht es doch nicht Hier Ja, wir haben Ah Das hat mich jetzt aber auch gewundert So, dann Können wir uns jetzt um den Polytrol kümmern Dann kriegt der jetzt einer auch eine Maske Ja Und hier sind immer noch Steine Wow Ach, jetzt geht die Scheiße wieder los Ich zähle ihm jetzt mal wieder auf den Klo Gartium Leviosa Ähm Hallo Du musst ihm damit eine rüberziehen Ja! Klappt ja nicht! Ich weiß grad nicht wie. Ah! Ich hab die Taste zum Loslassen nicht gefunden. Ja, den musstest du immer ja dick gerade kacken. Boah. 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 Ich geh hier gerade ein. Wo ist denn? Wo denn? Ja, das hätt ich auch gern auf meinem Klo. Huh? Oh? Boah. Boah. Es fehlt ein Hauswappenteil. Okay, vielleicht kamen wir noch nicht dran. Ja, wahrscheinlich. Ach komm, wir gucken uns aber nochmal das Intro an und gut ist. Ich hätte mehr Steine. Ja, ich weiß, hast du immer. Boah. Du gönst mir ja nichts. 200 goldene Steine. Das ist heftig. Ach stimmt, dann könnten wir zum Tropfen ein Kessel. Wollen wir kurz? Ja. Ich hab mir das auch nie angeguckt, deswegen weiß ich es gerade selber nicht. Oh, ich will Geld ausgeben. Ach so, zum Shoppen. Ne, dann gehen wir wieder zurück. Jetzt bin ich... Nein! Wie wechselt man denn hier? Gar nicht. Also nicht so. Nur wenn wir jemanden zur Auswahl haben noch. Glaub ich. Oh echt? Ja. Egal. Ich übersteh doch schon. Hm. Aber ich vielleicht nicht. So. Ich jetzt erst das rein. Okay. Spät, 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 spät. Ah, sie kann gern Geld ausgeben, sehr gut. Sehr gut. Warte, ich find schon noch was, wo ich Geld ausgeben kann. Das dauert nur seine Zeit. Jaja. Ah, Gryffindor, Junge. 12.500. Oh. Gryffindor. Junge. Junge. Jaja. 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 Spät, 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 okay. Diese ganzen alten Säcke im Hintergrund. So, erstmal die Kleider hier richtig aufhängen. Das hätte ich jetzt vorher wissen müssen, ne? Na, jetzt gehe ich da aber nicht nochmal. Bevor du das Geld ausgegeben hast. Ja. Oh, bist du nackt? Nein! Harry, Smoking. Kannst ja trotzdem gleich mal gucken, wie teuer das ist. Ja, kann ich gleich mal machen. Erstmal wäre ein bisschen Geld. Ja. Oh, jetzt bin ich Hermine. Oder? Ja, du bist gerade alleine irgendwie. Ach, ich bin hier in dieser komischen Auswahl. Hä, warum hänge ich denn hier fest? Aber du bist trotzdem Hermine. Oh, Gott sei Dank. Ist doch gut, es hat... Ja, es hat jetzt ein gutes... Eigentlich wollte ich ja da in die Kabine rein, aber gut, dass ich es nicht getan habe. Jetzt bin ich Hermine. Ja, jetzt kann ich ja nochmal in die Auswahl rein. Nein! Ich... Nein! So, das ist ungefähr genauso nervig wie das Intro. Fünfmal zu gucken. Ach nee, das ist der Junge, den hatten wir schon. Das stimmt, allerdings. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich ziemlich am Anfang dann, ne? Wahrscheinlich. Bei meinem Glück. So, Hermine und Harry. Alter, Falter. Die hätten sich hier so eine Komplettauswahl machen sollen. Und nicht sowas hier. Ja. Was schon verfügbar ist und was vielleicht nicht. Ja. Oh, das hatten wir auch schon. Was? Was war das denn? So, du warst gerade am Trinken. Oh. Jetzt hat sie sich... Jetzt hat sie sich verschluckt. Schlimmer. Angesabbert. Ich konnte sie komplett runterschlucken. Ich habe mich voll angesaut. Oh, scheiße. Ey, das passiert mir immer beim Freund auch ständig. Jedes Mal, wenn er irgendwas raushaut, ne? Denk ich mir auch einfach so... Okay, nicht lachen. Jetzt nicht loslachen. Am meisten geht's eh in die Hose. Oder auf die Hose. Boah, jetzt klebt das. Ja, ja, gut. Ist klar. Der Tisch hat auch noch was abgekriegt. Ah, da. Wer? Er hat mir eine Ballkleid. Der Tisch. Alter, ist das teuer. 125.000. Das gebe ich doch nicht dafür aus. Es ist halt ein Ballkleid, ne? Heavy Smoking. Ja, gut. Das gönne ich mir hier noch. Ja. Oh, guck mal. Hier ist ein Quirro. Quirro. Der lief da gerade... ...so lang. Nur mal ein bisschen Geld hier sammeln und... ...nächsten laden. Oh, ach. 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 Hier kann ich goldene Steine kaufen, oder was? Kaufen? Ja, ich kann hier goldene Steine kaufen. Eben, glaub ich, für Null. Und dann, äh, ab... ...100.000 aufwärts. Oh ja. Aber ich will... Echte Schnäppchen. Ja, ich will aber erst mal sehen, was man hier noch so... ...findet, äh, kaufen kann. Bevor ich das für sowas ausgebe. Das ist einer der Gründe, warum ich halt das ganze Geld haben will. Ja. Verständlich. Oh, Silhouetten. Silhouetten. Kaufen wir mal. Ace Bun, kaufen wir auch mal. Verkleidung, kaufen wir auch mal. Karottenzauberstäbe, kaufen wir auch mal. Wo kann man das jetzt alles... Wo kann man das jetzt alles auswählen? Äh... Zwei Extras. Silhouetten aus, Verkleidung... Karottenzauberstäbe. Ja! Ja, Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Ey, ich war gerade auf dem Ding da am Rumeiern. Jetzt haben alle solche Zauberstäbe. Ist das cool. So, was kann man hier? Da fällt mir gerade auch eine Szene aus dem Film ein. Wo Ron sein Ballkostüm da auskackt. Was ist das denn? Was ist das denn? Das riecht wie meine Großtante Tessie. Genau. Ja, das sieht aus wie vorbeider Großtante Tessie. Es riecht auch. Es riecht auch so. Ja. Ach, da sind die bösen Zaubersprüche. Äh, Äh... 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 Gesundheit Flipendo Das ist in den PS1-Spielen der weiche Zurückfluch Ja, ich weiß Stülperfluch Super Wobei ich bei den PS1-Spielen fand ich immer Das denkt mal wie als wenn der sagt Nintendo Ja, dachte ich auch immer Dachte ich auch immer In Gorsiou Skulus Akio Aber Akio ist doch kein böser Zauerspruch Äh Akio ist ja der, der alles zu dir hin holt Okay, wahrscheinlich sind das Einfach nur so Spaß-Zauber Hier Ja Können wir uns eh noch nicht leisten Ach und hier kann man ein Code Eingeben, okay, ja, wir brauchen keine Codes Wir brauchen keine Shields, wir brauchen gar nichts Braucht ihr Ich dachte gerade Weil ich hier als Harry hier quasi reingeg- Also In die Wickelgasse gegangen bin Du dachtest jetzt Ja Ich dachte ich wäre noch Harry Ich war aber nicht mehr Harry Wir brauchen nichts außer unsere Karotten-Zauberstäbe Ne, wirklich nicht Zack Oh, okay Ja, hab ich mir das gerne einsammeln Kann man mal irgendwann höher springen Mal, guck mal hier oben Äh, weiß ich nicht Könnte möglich sein, aber Wieso können wir uns eigentlich nicht selber Levi-jus-i-ren Das ist ja nicht Was ist denn jetzt hier? Ich muss nur mal kurz gucken, was hier ist Ja Alles gut Ah, und dann kann ich hier den Also können wir jetzt einmal in jedes Verlies einmal rein, oder wie? Scheinbar Aber auch nur in die, wo wir glaube ich die Goldsteinchen hier haben Nein, wir spielen hier kein Bonus-Level Noch nicht Okay Ja Die Goldsteine müssen wir denn Da brauchen wir 15, ne? 20 25 Ja Wahrscheinlich immer so weiter Ich will mal wissen, wie weit das geht Wahrscheinlich bis 200 Okay, bis 50 Das ist ja noch erträglich Ja Wir werden wir denn regelmäßig mal nachgucken So Können wir Demo konnten wir noch eins aufmachen, ne? Ja, hier Den hier Ich bräuchte den Elfen hier Hobult Den, genau Hobult 11 So, jetzt muss ich hier aber gerne Okay, auch Bonus-Level Ja Werden wir irgendwann mal Eingucken Ja Kann man ja mal machen, wenn man das Hauptgedöns durch hat Ja Oh, schön Und hier laden sich dann wenigstens die ganzen Münzen wieder auf Ja, das stimmt Was du alles verbraten hast So, ey Ich hab mich sogar zurückgehalten So viel hab ich gar nicht verbraten Stimmt auch wieder Das kommt erst, wenn wir noch mehr freigeschaltet haben Ach, und hier können wir dann, glaub ich Ah Hier können wir dann Kapitelauswahl, oder was? Ja Aus dunklen Tiefen Die Magie beginnt, ja Und dann sehen wir auch, was wir davon schon erreicht haben Und was nicht Ah ja, cool Das ist doch gut So Dann machen wir nochmal ein bisschen weiter Nachdem wir hier so lange gekammelt haben Gekammelt Ah, ich bin wieder Hermine, sehr schön Wo bin ich denn? Weg Du bist da oben Du bist Ron Du bewegst dich nur nicht Ja, ich geh doch grad nicht Nicht schon wieder Nicht schon wieder Doch, Tastatur will er wieder Na gut, wir sind jetzt eh am Ende des Parts Also Wir sehen uns dann vielleicht Vielleicht wieder Nein